Groß ist die Fläche, die zu seinem Einsatzgebiet gehört. Timon Kuchel ist studierter Sozialarbeiter und mit einem besonderen Bus im ländlichen Raum von Neubrandenburg unterwegs. Auf insgesamt 2000 Quadratkilometern Fläche. Also Rad auf Rädern ist praktisch ein Beratungsbus auf Rädern, das ist der Teil auf Rädern. Und Rad, da geht es um eine aufsuchende mobile soziale Beratung, wo man praktisch Menschen sucht, die in Not sind, Menschen, die verloren gehen würden. Mit dem Beratungsbus ist er auf dem Weg nach Friedland. Dort wartet schon eine Klientin auf ihn, die schon oft schlechte Erfahrungen mit verschiedenen Behörden machen musste. Ich habe halt in den letzten Jahren, also ich habe mehrere Anträge im sozialen Bereich, also Erwerbs- und Fähigkeitsrente, persönliches Budget, Pflegestufe. Und die werden immer als erstes abgelehnt, da muss man klagen und dann kriegt man irgendwie ein Schreiben und ist erst mal wieder sehr, sehr verwirrt und sehr, sehr frustriert und deprimiert. Und da ist es wirklich sehr gut, wenn ich, dass ich halt hierher komme, also in den ersten Malen bin ich einfach hierher gekommen und habe dann Herrn Kuchel getroffen und konnte mit ihm reden. Und seit es jetzt nicht mehr geht, dann machen wir das telefonisch oder per E-Mail. Ja, vielleicht möchten Sie einfach Ihr Anliegen erzählen oder Ihre Beratungsanfrage, dann höre ich euch was. Okay, es handelt sich also um Pflegesachleistung, alles klar. Okay. Wenn auch wirklich eine Hilfe geleistet werden konnte, die funktioniert hat, dann ist es schon auch häufig so, dass die Menschen dann Vertrauen fassen, sage ich jetzt mal, in die Beratung und dass sie dann schon noch anfangen, sage ich mal, über ihre seelsorgerlichen, also über ihre psychischen Sachen zu sprechen. Manchmal ist es auch wirklich schon sehr, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr hilfreich für Menschen, einfach auch mal zuzuhören. Setzen Sie sich bitte. Wir hatten in der letzten Beratung erwähnt, dass es da gerade Schwierigkeiten gibt mit den Geldleistungen oder so. Hat sich da eins erledigt? Hat sich alles erledigt. Hat sich erledigt? Ich habe dann nochmal Zopf gemacht bei der Krankenkasse und da kenne ich ja nichts, das ist ja mein Geld. Und ich weiß ja, was die im Moment kriegen und da habe ich gesagt, das geht einfach nicht, dass sie mir, ja, das wird sich ändern und sonst war es drauf. Schön, schön, dann hat das ja super Funktion. Dann kenne ich nichts, ich kann meinen Mund nicht halten. Karin Hoffmann lässt sich nicht unterkriegen. Die gebürtige Kölnerin ist im November 2020 nach Neubrandenburg gezogen. Ihr Start war nicht einfach, weil vermeintliche Freunde sie im Stich gelassen haben. Umso willkommener hat sie das Angebot von Rad auf Rädern und der Caritas im Norden angenommen. Beratungsgespräche haben wir gehabt und dann sind wir dann auch mal zur Kirche gefahren. Und dann hat er mir auch den Pastor genannt, mit dem ich dann auch Kontakt aufgenommen hatte. Und ist auch ein sehr netter, mit dem kann man auch gut reden. Ich fühle mich einfach wohl bei den Leuten, wo ich jetzt Kontakt habe. Ein wichtiges Ziel in der Beratung, die durch Corona allerdings nicht wie geplant mit regelmäßigen Sprechstunden vor Ort durchgeführt werden konnte. Doch blickt Timon Kuchel positiv auf das Projekt Rad auf Rädern, das vom Bonifatiuswerk für zwei Jahre mit 80.000 Euro gefördert wurde. Das hat mir auf alle Fälle gute Begegnungen durchaus gebracht. Und es ist schon auch echt stark, wirklich Menschen praktisch helfen zu können. Das ist wirklich gut. Ich glaube an Gott und ich lese die Bibel so, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter des Wortes und dass wir in nächstem Leben auf andere Menschen zugehen dürfen. Und da ist es für mich eine absolute Freude, wirklich Menschen helfen zu können, mit den Ressourcen, die da sind. So dass dieser Dienst auch in Zukunft für Menschen in Notsituationen gewährleistet werden kann. Ja. 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 Vielen Dank.